Musik Oh, ja, Daniel. Klack, 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 ja. Ja, jetzt können wir uns mit dem Vieh da aufnehmen. Du bist aber klar, der setzt wahrscheinlich Walzer ein. Mein Gott, Daniel, du läufst so langsam, ey, mit dem Sperr, das zieht so. Ich glaube, generell in Zeitlupe. Ey, nicht so lange beinahe, das ist nicht. Ja, du läufst normal bei mir, ich lauf wie so ein Freak. Schön, dass du dir bewusst bist, ey. Dün, 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 dün. Na, was müssen wir eigentlich als nächstes machen, ey? Wäre ja gut, Frau. Ja, jetzt hab ich. Achso, hast du was getrunken? Ja, ich hab getrunken. Hab ein neues Level erreicht, ey. Oh, da ist ein Vieh. Ey, warte mal, Daniel, bevor du jetzt auf das Vieh losgehst. Ich bin hier gerade am Leveln. Okay. Jetzt kann man einen Lederschlafsack bauen. Na. jetzt nur ein bisschen leder hätte ja das ist richtig schwer ich habe das gefühl zum teil habe ich schon ein bisschen ich bin schon wieder war das bitte wenn metall für den schlafsack maximalen schutz ich weiß wir sind hier für du wirst wie das findet ihr mal anziehen da will ich mich befehlt leder und da gibt es die übernacht es ist schon struggle die beim leben zu sehen so will ich immer gleich ich bin gleich da ich würde mal sagen wenn der charakter ein fettfach ist jetzt kriegst er erst mal das ist die erste gelten logische logische sache von daniel ein bisschen wieder geworden ich glaube ich es hat ein gutes zeichen ist was du noch platz hier immer ein paar stein oder so du bist bewusstlos was ist passiert du bist bewusstlos deine beine sind eingeknackt ich nehme dich mit keine angst wir sind jetzt passiert ich bring dich ins wasser keine angst ich lasse dich frei willst du stress ich habe einen schweren mother fucker alles ist so verschoben ich glaube du hast einen sonnenstich oder so ich weiß doch nicht wie der menschliche körper funktioniert geht schon auf abstand verpisst dich von unserem grund und boden ich habe hier wird auch immer was das ist ich gehe da runter und dann essen wir drauf ich bin bis dahin unter anderem das ist nicht dann stirbt da bloß nicht ich kann die aktoren die kommen irgendwie einmal nur springen an und dann haben sie ab habe ich so gefühl der weg maler fucker hat der dino da was in der hand der hat mir 180 stroh geklaut was willst du denn damit will der mich verarschen der schwimmt jetzt auf die andere seite der pisser hinter uns das ist schon wieder mother fucker da ist eine menge drin da ist ein lagerfreunde trinkflasche cool ein bett ja geil fleisch war spark paula nimm ja mal die wasserflasche da ich habe ja schon ja ich habe eine ich nehme noch eine wenn du dir auch noch eine das kämpfeuer das fleisch kann man auch mitnehmen ich habe zündpulver müssen wir eigentlich auch pinkeln wir kacken die ganze zeit aber ich nehme an der ist voll trinkt aus seiner hand kann ich nicht getränken wenn er jetzt weiß ich mal ein ding in der hand du machst einfach mit deiner hand form ist einfach nur so einen tunnel und dann trinkst er her ganz rein musste nicht du kannst auch mit der füße einfach nur ins wasser du nimmst das wasser durch deine füße auf ja wir können trinken dann ist gut du hast die freunden des wassers entdeckt ich weiß nicht okay endlich mal was an ja ich versuche es doch irgendwas was wir töten können so eine schildkröte eine versuche ich will dich nicht stechen so irgendwie nichts los in den wald in den wald in den wald der red gar nicht hinter uns her legt er sich jetzt mit dem tritt server trotz dann also nicht unsere beute haben wir schon auseinandergenommen ich nicht du wirst die leiche ich habe ein bisschen auf die drauf gehabt und so nehme ich mal die schon kaputt weil der der rente mehr zu viel ich glaube der hier bei dem bronte sauer es ist immer kleines noch oder sind eine menge sachen hinter dir dann unsere seite folgt hat für uns etwa da ist irgendwie ein raptor dagegen so ganz klein wir schnappen uns den gewinner ja weil die kleinen verbinden sich oder auch nicht verpasst euch da nicht der spuck mit gift oder so pass auf weg mein gott das war die kaputt dann schnell weg los alles kaputt hatte ja noch finanzielle rennen da ist noch einer danke nein ich bin tot oh gott nein ach man er ist auch gerade tot hätte ich irgendwie ziehen ich kann den betan nehmen jetzt sind meine ganzen sachen weg wir sind ja neu hier müssen nur wieder spawnen ja toll wie soll ich denn jetzt wieder dahin kommen ja ich bin wieder im lager gespawnt dann kommt zu mir ja wenn ich da überlebe ich habe gar nichts ich irgendwie eine taste dass ich einfach alles nehmen kann ja pc ist so einer jedenfalls ja hier aber nicht ich muss ja alles an sich anklicken alter er kann ein bisschen dauern sind so zwei pfeile einer links und rechts bei mir bei mir ist aber nix vielleicht hat einfach gar nicht weiß nicht alles übertragen ok ja aber gott das war eine lange liste ja warte mal halt mal kurz die augen offen ich muss mich anziehen das ist ein inventar leer ja ja ok was machst du da gar nichts ein schild ist das no clear das ist aber wichtig die demos können auch lesen wir sind halt so klein geil ja ja oh gott wenn ich mir das so anschaue ja das ist ziemlich klein ne derjenige der das gemacht hat war warum wir fahren blind sehen ich meine allgemein das ganze bild hier unser in gänsefüßchen häuschen komm ich verritten das hier eigentlich für den eingang wir haben zwei wände da können wir uns vom maschinengewehr feuer beschützen ja 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 da ich habe einen riesen haufen kacke gefunden was ja das von dem dino hier der ist so groß wie der ist wie ein felsbrocken geil ich habe mal eingesammelt der sind menschliche fekalien wird das war riesig gewesen wie hast du denkst sammeln die sich zu einem großen haufen werden der ist größer als ich gewesen der haufen dauert ein bisschen zeit ja ich weiß ich bin voll hier der ist hier den rügel auf der dac jeder du willst du bekämpfen wenn du nur so langsam bist ja ja das ist schon wieder was anderes oder ja 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 wenn ich unsere basis steht ich hab dem schweren ins bein gerammt und der brennen das ist müßlich der dreht um Hat der noch mein Schwer drinnen? Ja der hängt da im Bein drinnen. Boah. Ah! Komm her, komm her! Ich hab den einmal getroffen. Ich kann nicht schneller Daniel. Ich muss aber wenigstens die Sicherleisten keinen Widerstand. Der dürfte gar nicht so schnell rennen können. Ich hab den gerade ins Bein gebrochen. Ja komm zu mir! Da war er übertroffen. Mann! Das ist... Nein! Der scheint aber immer nur bis hier zu rein. Jetzt schwimmt der weg. Boah, bis weg auf Nahweh! Komm Gefechter! Nein! Der hat meinen Speer der Pisser! Ja! Ja, dieses ist wissfähig. Ich kann natürlich immer noch sehen, Daniel. Das kommt jetzt wieder in deine Richtung. Jetzt schwimmt genau an dir vorbei, Daniel. Ja, ich hab dir ein paar Mal gehauen. Es ist wieder an Land. Hat er immer noch den Speer drin? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht mehr. Ich hab dir irgendwas gemacht. Erstmal den großen Codhaufen. Guck mal Daniel hier. Was? Was? Der ist ein Codhaufen. Boah. Ach, der hat mich glaub ich so schwer gemacht. Oh nein, das ist so giftig. Aber der spuck schon wieder Gift, Daniel. Oh Gott. Bin ich getroffen. Ich glaub nicht. Komm nicht ran, seit... Pisser! Der ist tot, er ist tot, aufhören zu schlagen. Er ist tot, er ist ganz... Pampadouros kalt. Also ein Giftviech geht auf das große Viech los. Du weißt, was zu tun hast, Daniel. Aber der große Viech ist tot. Jetzt gehen andere Viecher auf mich los. Ja, ich komme. Schlag. Ich hör in die Kampfmusik. Ich hör in die Kampfmusik, ey! Das Gesicht. Das Gesicht. Oha. Oh Gott, der spuckt irgendwas. Okay. Auch tot. Dodo gekillt. Jetzt hat große Viecher. Guck mal. Ist das ein Stegosaurus? Daniel, pass auf, da kommt ein Stegosaurus. Getrester aus, oder? Vornen? Mit Zerratops. Großfleischfell. Wie der Schildkarte auch noch fertig machen. Level 10. Ich glaube ich kann nicht gewährt, oder? Da wirklich die Schildkarten, die kleine. Ich weiß nicht, welche du meinst man es jetzt die große, oder was? Ja. Wir haben noch gar nicht gegen sowas gekämpft, der du. Ne, ne, und ich hab noch, ich hab jetzt keine Waffe mehr. Boah. Geht aufeinander los, war der Hand. Untertitelung des ZDF, 2020